Die Torschützen 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 geführt haben. Ich denke, das Ergebnis geht so in Ordnung. Nach der 70. Minute haben wir ein bisschen umgestellt, ausgewechselt und auch ein bisschen langsamer gemacht. Das ist eine englische Woche. Ich bin einfach nur erleichtert, dass wir nach langer Zeit gewonnen haben. Ich freue mich wirklich für die Jungs und ich freue mich auch dafür, dass sie uns, den Verein, auch mich als Trainer und auch sich selbst für sich gegenseitig jedes Mal dastehen und eins wollte ich auf jeden Fall noch sagen und zwar der Dominik hat so viele Torchancen in der letzten Zeit versiebt, aber wenn man ihn braucht, ist er jedes Mal da und ist einfach einer der besten Stürmer der Liga und ich bin froh, dass ich ihn habe. Vielen Dank, Gökhan. Dann darf ich das Wort an die Pressevertreter weitergeben. Bitteschön. Ja, eine Frage an den Gökhan Götzschim zur Vertretung von Christescu. Zufrieden heute mit der Vertretung, mit dem Fati Oetzke gewesen? Sehr zufrieden. Was hat er besonders gut gemacht? Er hat alle Aufgaben erfüllt, die er machen sollte. Alle Vorgaben 100 Prozent umgesetzt. Welche Stärke hat er? Bringt er besonders mit? Der ist spielstark, ist zweikampfstark, ist auch oben stark. Also der hat eigentlich auch alles, obwohl er kein, er hat sein zweites Spiel jetzt gemacht von Anfang an und bei beiden Malen 90 Minuten durchgespielt. Und wenn einer drei Vierteljahr nicht spielt und wenn man ihn braucht und sofort da ist und dann Top-Leistung bringt ihn bei Balinger SC und nach so langer Zeit jetzt heute wieder, das ist seine Stärke, der ist immer bereit und zuverlässig. Herr Gökhan, ihr wart ja noch nicht ganz hundertprozentig gerettet, sage ich jetzt mal, so ein bisschen vorsichtig mussten wir ja noch sein nach hinten. Es dürfte ja jetzt eigentlich kein Thema mehr sein, dass man irgendwo hinten nochmal reinrutscht oder so nach dem Sieg heute. Ich glaube nicht, dass wir da runterrutschen werden. Ich glaube, dass uns dieser Sieg und die acht Tore aus zwei Spielen nochmal einen Push geben werden wird und hoffe, dass wir halt nächste Woche bei den starken Bagnaner mindestens einen Punkt, wenn nicht drei mitnehmen und auch wenn es nicht mehr so gut laufen soll, ich glaube nicht, dass wir in Gefahr kommen. Also weil Bagnan links und so weiter, die spielen ja noch alle gegeneinander. Dann beschließe ich die Pressekonferenz. Danke beiden Trainern, dass sie hier bei mir waren. Ich danke für Ihren Besuch im Stadion heute. Ich wünsche allen noch einen schönen Abend unseren Gegnern guten Hauseweg und alles Gute für die restliche Saison. Viel Glück im Abstiegskampf. Wir sehen uns wieder am 1. Mai um 14 Uhr hier im Holzhofstadion. Gegner dann der SGV Freiberg. Bis dahin, vielen Dank fürs Kommen, alles Gute. Tschüss. Das war's für heute.